Moin, hier ist Arne. Was es mit dem Brötchen auf sich hat und was ganz genau gerade mit meinem Keto-Projekt passiert oder los ist, das erfahrt ihr jetzt. Eigentlich geht es gar nicht um das Brötchen selbst, sondern Anlass dieses Videos ist vielmehr der Freitag. Das fing noch alles ganz normal an. Also Freitag war quasi mein Tag. Fünf meines Keto-Projekts, da bin ich noch relativ normal gestartet. Ich habe morgens mein Frühstück dementsprechend eingerichtet, sprich quasi Zero-Carb nahezu. Das könnt ihr ungefähr hier sehen, was es da morgens zum Frühstück gab. Ansonsten habe ich mir was eingepackt zum Mitnehmen. Das wäre ungefähr jetzt hier. Tofu, Nüsse, also sprich Mandeln, ein bisschen Sonnenblumenkerne und dergleichen. Was ich mir auch in den vergangenen Tagen immer jeweils dann mit auf den Salat getan habe. Also los normal ins Büro und irgendwie war da aber wieder der Bär los und üblicherweise sind wir da mit einigen Kollegen immer so gegen zwölf zum Mittag verabredet. Das hat nicht hingehauen. Ich war irgendwie länger im Telefonat und kam also nicht dazu, normal wie immer zum Mittag zu gehen. Und bin irgendwann erst, ich weiß nicht, gegen halb zwei oder so, dann soweit durch gewesen und hätte also dann zum Essen gehen können. Habe mich dann für den Plan B entschieden. Wir haben neben unserer Kantine auch noch ein kleines Café, wo es so einen kleinen Kühlbereich gibt, wo so ein paar Sachen sind, die man noch so quasi einkaufen kann. Kleine Snacks, Getränke und dergleichen und stand vor dem Kühlregal, wo üblicherweise auch so kleine Fertigsalate sind. Das wäre quasi mein Plan B gewesen. Da hatte ich dann den Tofu draufgekippt, das Ganze mit den Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen und Mandeln irgendwie verfeinert. Ja, aber Pustekuchen, da waren am Freitag dementsprechend dann einfach mal keine mehr. Dann habe ich mich umgeguckt. Zur Auswahl wäre noch gewesen sowas wie frischer Orangensaft aus einer Orangensaftpresse, Sojamilch. Es gibt da abgepackte kleine Müsli-Pakete. Die hätte ich also mit der Milch, die es ja gegeben hätte, der Sojamilch irgendwie zusammenmischen können. Also quasi für einen Veganer wäre da das eine oder andere gewesen, wie man auch hätte seinen Mittag bestreiten können. Für mich in dem Falle einfach mal nicht. Saft viel flach, Müsli viel flach, Sojamilch viel flach. Ja, so bin ich quasi unverrichteter Dinge wieder zurückgegangen an meinen Arbeitsplatz und saß da also mit meinen kleinen Nüsschen und Kern und meinem trockenen Tofu. Irgendwie hat mich das ganz schön angesagt, wenn ich ehrlich bin, denn als ich anfing, mich mit dem Thema vegane Ernährung auseinanderzusetzen, war ich erst sehr skeptisch. Ich war selber einer, der relativ viel Fleisch gegessen hat und auch absolut davon überzeugt war, dass es also gar nicht angehen könne, dass man fit, gesund, muskulös, körperlich leistungsfähig sein würde mit eben einer veganen Ernährung. Nach und nach wurde ich da einfach eines Besseren belehrt und habe also, abgesehen von so ein paar medienwirksamen, hervorgehobenen Personen, also die sowohl im Kraftsport oder vielleicht auch in anderen Bereichen erfolgreich sind, ja also festgestellt, dass es alles sehr wohl geht, dass man also sowohl mit pflanzlicher Ernährung sehr kräftig, muskulös und auch ausdauerleistungsfähig sein kann und alles weitere. Während der Zeit, während ich mich also dann vegan ernährt habe, ist unglücklicherweise mein Sportpensum zurückgegangen und schlussendlich habe ich sogar festgestellt, dass man zum einen mit der veganen Ernährung nicht ein dünnes Männchen wird, sondern im Gegenteil ganz hervorragend auch Gewicht zunehmen kann und eine passable Plauze aufbauen kann, was ja, wenn man an mein erstes Video denkt, quasi auch der Anlass war, zu sagen, jetzt ist Schluss, zurück zum Sport, Ernährung optimieren und dergleichen. Und dann war wiederum jetzt Anlass einfach die Erinnerung an damals, wo ich mich schon mal mit sowas wie ketogener Ernährung auseinandergesetzt habe, dass ich gesagt habe, okay, das soll also der Anlass sein, das auch mit der veganen Ernährung auszuprobieren. Auch da war ich am Anfang sehr, sehr skeptisch und habe unterschiedliche Meinungen gelesen oder insgesamt verhältnismäßig wenig eigentlich gelesen, denn offensichtlich gibt es da nicht so viel Information zu, dass Leute also versuchen, vegan und ketogen sich zu ernähren. Nach meinem vergleichsweise kurzen Test jetzt bis heute, heute ist Samstag, quasi der sechste Tag, kann ich sagen, es ist mit Sicherheit möglich, aber es ist, wie an vielen Stellen auch angemerkt, mit Entbehrung verbunden. Und vor allem, und das ist der Grund, wo ich jetzt ins Schleudern gekommen bin, ein erheblicher Zeitaufwand. Wenn ich mir vorstelle, ich denke zurück an meine Studentenzeit und hätte also beliebige Zeit nahezu, um viel Zeit dazu zu verwenden, zu recherchieren, mir die passenden Rezepte rauszusuchen, Dinge vorzubereiten, Dinge zu kochen und so weiter und so fort, ist das sicherlich alles vergleichsweise einfacher, als wenn man, ich sag es mal, normal arbeitet und einen 8- bis 9- oder 10-Stunden-Tag, wenn es auf hart kommt, hat, und versucht also davor, sich morgens was vorzubereiten und zu machen, sich was für die Arbeit mitzunehmen, weil man da nichts Adäquates irgendwie findet, muss noch einkaufen, halt den ganz normalen Wahnsinn machen, hat nicht eine Mutti, die kocht, vorkocht, putzt und was auch immer, sondern hey, man ist keine 20 mehr und keine 25 mehr, sondern man hat jetzt ein eigenes Leben, man muss alles wuppen. Und dann ist mir ehrlich gesagt die Zeit, die ich aufbringen muss, um das jetzt noch umzusetzen, schlicht und ergreifend zu schade. Ich habe irgendwie so eine kleine Batterie an interessanten und netten Büchern, die sich rund um das Thema Ausdauersport drehen, die das Thema auch Ausdauersport mit veganer Ernährung thematisieren, und da habe ich Bock darauf. Ich habe schon bevor ich jetzt mit diesem Keto-Experiment angefangen habe, mit meiner veganen Ernährung, beziehungsweise der optimierten seit Ende vergangenen Jahres, also zum quasi Kick-Off meines YouTube-Kanals, angefangen, sehr diszipliniert darauf zu achten, die eine oder andere Trainingsanlage einzubauen, und insgesamt würde ich jetzt einfach mal da einblenden, wie sich quasi mein Gewicht entwickelt hat, quasi schon seit Start, und wie sich das irgendwo hier, wo ich mein ketogenes Projekt gestartet habe, weiterentwickelt hat. Da habe ich es einfach schlicht und ergreifend nicht geschafft, überhaupt auf meine benötigten Kalorien zu kommen, sodass also auch der Gewichtsverlust zu schnell ist. Und den jetzt einfach nur wieder in den Griff zu bekommen, indem ich mir irgendwie löffelweise Erdnussmus reinziehe, oder irgendwas, um die Kalorien zu bekommen, habe ich auch keinen Bock drauf. Ergo ziehe ich hier tatsächlich an dieser Stelle die Reißleine. Es war eine interessante Erfahrung. Ich denke, um das nochmal zu wiederholen, dass es durchaus möglich ist, aber eben mit Entbehrung, mit viel Zeit, mit viel Muße, um vegan und ketogen miteinander zu kombinieren. Ja, aber Fazit für mich selbst ist, ich bin nicht bereit, diesen Zeitumfang zu investieren und das auch noch quasi weiterzumachen. Bisschen schade ist es, denn ich hatte neben meinen alten Keto-Sticks, die man also benutzt, um den Ketonengehalt quasi Morin zu messen, mir gerade am Freitag war es in der Post mein lang ersehntes neues kleines Spielzeug zugelegt. Das ist also ein Messgerät, mit dem man nicht nur mit der einen Batterie den Blutzucker messen kann. Das ist das eine. Ein Blutzuckermessgerät hatte ich eigentlich schon. Das kann es, aber es kann eben zum anderen auch den Ketonengehalt messen. Und man sieht es wahrscheinlich jetzt hier im Licht nicht. Da ist so eine kleine Mini-Skala drauf, die sagt 0 bis 0,6 ist grün. Alles zwischen 0,6 und 1,5 ist schon ein Alarm. Und 1,5 bis 8,0 hier ist also hochbedenklich. Als ich das am Freitag kurz ausprobiert hatte, da war ich irgendwo bei 0,8, also vielleicht eine leichte Ketose, wie das Ding jetzt hier meint, bedenklichen Bereich. Ja, schlicht und ergreifend habe ich mir am Freitagabend einen netten Salat gegönnt und habe da eben, ja, natürlich vegan, aber mit weitem, mitnichten Ketogen das Ganze gemacht. Und ich habe heute am Samstagmorgen wunderbar gefrühstückt. Ich habe wunderbare Brotaufstriche und viele tolle Dinge. Ich kann meine Mango essen, die da lag. Ich kann also auf alle feinen Dinge zurückgreifen und freue mich über einfach die Vielfalt, die mir die vegane Ernährung bietet. Und wenn Leute, die sich einfach eben vielleicht auch noch nicht so genau damit auskennen, sagen, man kann als Veganer ja gar nichts mehr essen, dann sollten sie mal vegan Ketogen probieren. Danach ist vegane Ernährung mit allerlei Obst, allerlei Gemüse und allem drum und dran quasi ein Schlafenland, auf das ich mich jetzt freue und die Zeit, die ich übrig habe, um mich damit auseinanderzusetzen, lieber investiere, um A, mein Training auf die Spur zu bringen und B, einfach insgesamt leckere Dinge zu essen, die es einfach so gibt, statt mich jetzt damit noch aufzuhalten, da alles abzuwiegen. Das ist einfach zu aufwendig. Aber vielleicht möglich. Also wer es mag und wer die Zeit hat, gerne. Ich an dieser Stelle nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und viel Spaß bei den nächsten Videos, die da kommen werden, die sich dann mit dem genussvolleren, veganen Essen auseinandersetzen zum Teil und natürlich auch wieder mit dem starken Fokus auf den Sport, also sowohl Ausdauer als auch Kraft und alles, was da noch kommen mag. Denn irgendwie mag ich mich nicht auf eine Sache konzentrieren, sondern liebe eben die Vielfalt, sowohl aus Kraft und Fitness als auch Ausdauer und das am besten zusammen ist für mich auch das absolute Patentrezept für eben einen gesünderen Lifestyle und moderate, gesunde Gewichtsreduktion. So, genug geredet. Tschüss, bis zum nächsten Mal.